Einer ist auf das Dach gelandet. Er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Einer ist auf das Dach bei uns. Hinten. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Oh bei mir. Am Seil. Zwei Stück. Am Seil direkt da unten. Zwei. Am Seil. Am Seil. Welches Seil? Ja. Holt mal direkt den Vorlauf. Sehr gut. Tschüss meine Freunde was geht ab. Willkommen wieder hier auf meinem Channel. Es geht natürlich wieder heute um Warzone. Heute stelle ich euch für mich eine der besten Waffen vor zur Zeit. Ich würde sie schon mit der Stoner vergleichen. Sorry. Hier Fritz Spritz ne. Fritz Spritz. Hat ein bisschen meine Lunge hochgewirbelt. Auf jeden Fall. Die Stoner geisteskrank. Aber die RPD. Fast genauso krank. Ich würde sagen die Stoner ist minimal besser. Aber die RPD ist wirklich richtig richtig geil. Time2Kill sehr nice. Auf Range. Sowohl als auch auf kurze Distanz. Ja. Sehr. Also diese Variante die ich euch jetzt vorstelle. Die kann man auf Rebirth spielen. Aber auch auf Verdunck. Also bleibt dran. Am Ende gibt es noch ein klasse Setup dazu. Und ja viel Spaß mit den Highlights. Ganz ganz oben auf dem Dach. Er ist da seit 2 Minuten. Also ob es ein Satellit ist da. Ich werde so einen Tönung bekommen. Ich kann nicht. Ich muss nachladen. Nein ich bin noch oben. Aber ich muss nachladen. Schade wohl. Egal. Egal. Das hat nichts. Das ist voll was. 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 Schön. Jawoll Uelz. Okay jetzt ganz ruhig. Geht einfach zu meinem Looter. Da liegt noch Geld. Woah. LPD ist ja strong. Das ist direkt gerade vor. Schau mal nach vorne her. Mein Seite. Favre und Ryan. Dich dann. Also Sushi. Das habe ich auch von vorne. LPD ist ja vorhin geredet. Ja F5. Ich muss gleich. Ich habe alle Bomben. Das ist nicht alles gut, ist es? Das ist nicht alles gut. Das ist nicht alles gut. Das ist nicht alles gut. Ich mache ihn. Ich werde ihn nicht hide. Ich habe ihn mit ihr, ich denke. Ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. Das ist eine Schauspieler. Ich habe den Schauspieler. Sie sind nicht so schlecht. Sie sind nicht so schlecht. Sie sind nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. ... mit seinem Titelbilder. Meine Ratten, meine Damen und Herren. Sehr gut. Gewommen. Hä, wie? Ich geh, du wolfst. Ich zieck dir lang, mein Pässe. Ach, Mann. Die kann ich jetzt nicht machen? Diese hat ihn noch offen. Ich hab ihn nicht oft geachtet. Du hast ein Natapult. Leute, das Ding ist, die holen mich, ich muss nachladen, Digger. Ich muss, Digger, ich schwöre, ich hol dich wieder, Digger. Tschüss, tschüss. Oh, das ist ja nicht wieder drin. Warum? Ah, wichtig, Digger, hier sind Waffen. Ah, kommst du nicht mehr, kommst du rein, Digger? Hey, unter mir. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Digger. Von wo kam er denn? Er macht Cluster. Oh, die sind vor mir hier. Krass, warte. Da, da, da. Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Sehr, Digger, gib mir Klasse, gib mir dein Geld. Gegner, 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 Gegner. Zwei Stück von mir. Guck mal. Der eine Stückbaum, der Endfeststorm. Der Endfeststorm, der Endfeststorm. Das gibt es nicht. Wow. So, Freunde der Sonne, kommen wir zum versprochenen Klassen-Setup der RPD. Wie spiele ich die RPD, beziehungsweise wie ist die RPD am besten? Ähm, Mündung zocke ich den Gru-Mündungsfeiertemper. Äh, Lauf zocke ich den Sonderkommandolauf. Äh, Laser zocke ich den Tigerteam-Scheinwerfer. Weil du brauchst einfach Bewegungstempo mit nem LMG. Ohne Bewegungstempo läuft hier gar nix, Digger. Äh, Axial-Arms-Dreher-Visier. Ist aber, wie gesagt, beim Visier könnt ihr euch selber raussuchen, welches Visier Bock habt. Visier ist nicht so wichtig. Aber ich zocke in der Regel Axial-Arms-Dreher-Visier, weil das einfach am geilsten ist. Finde ich persönlich. Ähm, Unterlauf zocke ich den Späßen als Vordergriff. Für die Rückschusskontrolle vertikal sowie horizontal. Dass du schön alle Gegner direkt, sobald du drauf bist und mit dem Gegner mitziehst. Zock auf Kontrolle, hab noch Aim-Assist. Dann ist der Laser hervorgesagt. 100%. Ja, so zocke ich die RPD. Dazu zocke ich die Schweizer K31. Weil ich einfach immer mit einer Secondary als Sniper spiele. Aber ich würde euch da raten, wenn ihr kein Sniper seid, nehmt euch lieber eine MP mit. Weil für Häuser Kämpfer und so ist dann ein MP einfach besser als ein LNG, Digga. Die Aussage war eigentlich dumm. Ist aber zu 100% so. MPs, alle MPs besser als LNGs in Häuser kämpfen. Das ist aber Fakt. Ja, ich hoffe das Video hat dir gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, Glocke aktivieren, was kann man noch? Kommentieren für Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Kuss, Digga. Ich schwöre, ich muss sagen, auch wenn der Grind immer noch konstant ist. Gefällt mir trotzdem noch. Also dreimal die Woche Video, dreimal die Woche Stream. Ich küsse doch dein Herz. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.